So, meine lieben Freunde, da wäre ich auch schon wieder kleiner Cut zwischendurch. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir markieren erstmal schön die ganzen Leute. Das ist wohl am wichtigsten, würde ich mal sagen. Erstmal die ganzen People hier markieren mit der Kamera. Und dann die nacheinander ausschalten oder einfach mal vorbeigehen. Komm, markier. Oder auch nicht. Da ist auch noch einer. Da ist die nächste Kamera. Und ich glaube, ich habe jetzt alles markiert. Ja, super. Gut, wie gehen wir denn jetzt hier voran? Ich würde sagen, als allererstes erstmal Alarm auslösen. Ja. Das ist eine gute Idee. So. Und dann erstmal den Kollegen hier ausschalten. So, zack. Jawohl. Sehr schönes Ding. Sehr super. So, was machen wir denn hier so schön? Da ist ein Typ. Lauf mal bitte weiter vor. Soll ich das probieren? Ja, komm, scheiß drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Puh. Meine Fresse. Das war knapp, knapp, knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mach hinne. Jetzt schnell zu den Kollegen, schnell. Komm, 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 komm. Jawohl. Super. Super, super, super. Läuft der gut. Läuft der gut. Gut. So. Was haben wir hier? Okay. Weiß echt nicht, wie ich jetzt hier vorgehen soll. Hm. Na, wie ist denn eigentlich sein Laufweg hier? Kommt der zu mir irgendwie, oder? Oh, das sieht sehr gut aus. Ah. Doch nicht so super. Kriege ich den wirklich nicht ran hier? Ach, ist das ein Scheiß. Vielleicht so hier? Sieht er mich? Ja, er sieht mich. Aber noch entkommen. Springen. Oh. Hat's ja nicht so viel wirklich gebracht. Naja. Hat's ja wirklich überhaupt nicht so wirklich gebracht. Warte mal. Das war eigentlich total die geile Chance, in dem Fall. Warte mal. Ich weiß was. Ich weiß was. Komm schon, komm schon. Jawohl. Und jetzt bitte hierhin. Ah, gut. Sehr schön. Na, Mann, Alter. Der sieht mich auch überall, der Typ. So. Kann ich hier nicht irgendwie was machen? Den hierher locken irgendwie? Ablenken. Sieht der mich? Nö. Der sieht mich nicht mehr. Cool. Ist ja geil. Wo läuft der jetzt? Das ist jetzt die Frage. Okay. Von da hin kletter ich einfach hier hoch und hol mir den Typen. Jawohl! Hat ein bisschen lange gedauert, aber ich hab's geschafft. Wie komm ich jetzt hier weiter? Einfach hier durch oder wie schaut's aus? Scheinbar nicht. Scheinbar gibt's hier noch irgendwie einen anderen Weg oder wie schaut's aus? Hm. Oder muss ich da irgendwie lang? Achso. Jetzt verstehe ich. Und jetzt darf ich da rein, oder was? Jawohl. Puh. Also man hat auf jeden Fall sehr viel Freiheit, was dieses ganze Sneaky-Peaky-Like hier angeht. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen hab, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Pack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Ich kann es nicht um mich. Super. Den hätten wir. So. Erstmal hier schön die ganzen Leute markieren. Oh. Den Typen markieren. Wo ist noch einer? Da ist einer. Nehmen wir uns mal die Kamera hier vor. Ha? Ja. Wut. Ähm. Okay. Irgendwie bin ich in einer Wache drin, oder wie? Das kann ich irgendwie nicht checken. Toll. Und der ruft Verstärkung. Aha. Interessant. Moment. Nochmal hier kurz. Die Kamera. Denn die Kamera. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles unten markiert. Soweit. So. Wenn man los. Erstmal da. Zack, 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 zack. Kann ich ihn von hier aus markieren? Ne. Schade. Naja, egal. So. Jawohl. Was macht denn der Typ jetzt da? Ah. Wir warten mal ganz kurz. Und gucken uns seine Laufwege an. Aha. Wohin läuft er? Ich hoffe, er hat es nicht hier hin. Okay. Am besten wäre ja, wenn er jetzt da reinläuft. Bitte. Tut es für mich. Ja. Perfekt. Sehr gut. So. Kann ich dich noch im Hecken? Ah, guck mal hier. Kann ich das von... Boah, wisst ihr was? Ich habe jetzt richtig die geilste Idee ever. Aber das dauert und irgendwie keine Lust drauf. Wegen... Der geht ja immer da hin und dann könnte ich das hacken. Während der da hinläuft. Und dann gehe ich zigtausend Wachen einfach mal an zigtausend Wachen vorbei. Komm ich nicht da auch einfach hin, wenn ich einfach mal mit der Kamera schnappe, die irgendwie hier oben war? Guck mal. Moment. So. Ah. Ne, ich kriege das nicht zum Hacken da. Leider nicht. Oh, er läuft wieder da hin. Ah, da ist eine Kamera. Ja. Kann ich das von hier aus jetzt hacken? Ah, geht nicht. Ich bin wirklich auf den Typen hier angewiesen, wenn er wieder reinläuft. Soll ich das ja wirklich machen? Ja, komm. Mach ich einfach. Dann bin ich ordentlich sneaky-peaky-like. Ohne viele Gegner auszuschalten. Ich muss das auch wirklich hacken. Perfekt. So. Puh, ist ja geil. Äh. Ja. Dann würde ich mal sagen, das hier. Dann vielleicht das hier. Dann kann ich das freischalten. Äh, so. Geht aber irgendwie nicht. Oder? Nö. Muss jetzt wirklich jeder strahlblau sein? Bin ich ein bisschen übertrieben? Reicht nicht einer? Ja, ja. Dann muss noch einer von rechts da blau sein. Toll. Ist ja wunderbar. Ha. Jetzt ist noch links einer. Ha, 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 ha. Okay. Ich glaube, das ist schon mal sehr gut, wie der jetzt da ist. Ah. Okay. Super. So. Wie machen wir denn datia? Erst mal am besten so, würde ich sagen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Dann datia. Das ist das Signal nicht irgendwie abbricht, oder so. Wenn er etwas weiter entfernt, ist das für mich auch geil. Achso, da ist nur ein Strahl nötig. Okay, das ist super. So. Und so. Perfekt. Hacken sie den Laptop. Da. Ich sag dir, das ist nicht nur Werbung. Das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges Riesen... Oh, scheiße. Jemand hat sich reingehackt. Nein. Hört sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Hat kein... Oh. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab keinen Schwanz gesehen. Cool. Aus den Blasern kommen einfach den Weg wieder zurück, oder was? Oh, da kann ich was aufheben. Ging eigentlich recht gut, ne? So. Die Kops suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weißt, der zeigt, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schick es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Mit Jamcons. Kurzzeit schon ein Gebrechen. Ging er daran hindern. Stellen Sie, hier kommt es im Waffenrat. Ja. Okay, warte. Jamcons. Ja, komm. Stell her. Ah. Perfekt. So, mach auf. Der Törchen. Super. Und weg von hier, Alter. Mann, 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 Mann. Und schöne Ruckler. Die müssen natürlich sein. Boah, hammernervisch. Das könnte natürlich auch daran liegen, wegen den Rucklern, weil ich wirklich alles auf höchste Grafik geschraubt habe. Wirklich alles. Aber, Alter, das ist ja nicht mehr normal, wie es am Ruckeln ist. Achso, der sieht mich ja, okay. Ich dachte, der sieht mich überhaupt gar nicht. Ich bin auch so ein geiler Motherfucker, ne? Erstmal Wagen wechseln. Boah, was ist denn das für Ruckler, ey? Das ist total unspielbar, ey. Ganz ehrlich. Was geht denn ab, Alter? Die Performance ist ja mal richtig für den Arsch. So, kurz mal Frips mal gestartet, obwohl es, glaube ich, nichts bringt. Nein, bringt es nicht. Das ist ein geiles Spiel. Hey. Ich glaube, da muss ich mal wirklich was machen, Alter. Ey. Diese Ruckler, Alter, was geht denn ab, ey? Mann. Ich meine, wenn 30 FPS mal da sind oder, keine Ahnung, dann sage ich noch, okay, gut. Aber sowas? Das ist schon sehr übertrieben, was hier abgeht. Beide mal auf zu rückeln, ey. Bitte. Ich kapiere auch nicht, warum, ey. Hier passiert doch gerade gar nichts. Alter. Ja. Super. Bester Weg. Jetzt hört es, nee, hört es nicht auf. Alter, diese Ruckler, Alter, was geht ab, ey? Mann. Hör doch mal auf, bitte, ich höre es. Ruckler. Sorry. Ich kapiere es nicht. Warum ruckelt dieses Spiel so unglaublich? Schüttel-Polizei ab. Habe ich noch gemacht? Soweit. Dann muss ich jetzt hier noch aus dem Radius A. Okay. Sehr schön. Okay, gut, immer noch. Äh, Skillpunkt erhalten. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katze und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. So, aber ich werde auf jeden Fall definitiv mal ganz kurz das Spiel nochmal neu starten, denn Ruckler, Olmas kommt nicht so geil und ich hoffe, dass es dann ein bisschen flüstiger läuft wieder. Also bis gleich.